Schreck geht hinein, auch Lottil geht hinein, alle Pferde in den Boxen, Start zum siebten Rennen. Merrill Lynch Eurocup 2007 gestartet, die Pferde sind unterwegs, kommen gleich an der Haupttribüne vorbei. Und Persian Storm vor Schreck an der Spitze, an der Außenseite Lottil gleich stark dabei, so geht es hier am Ziele vorbei. In den Forsthausbogen gleich hinein, Persian Storm führt mit einer Länge, dahinter Lottil in zweiter Position mit Charlie Kuhl. Vierter ist Schreck, fünfter mit Abstand, Wiesenfahrt, dahinter sieht man Vasiljev. Die Pferde sind auf dem Weg jetzt in die Gegenseite und vorne das Kommando hat Persian Storm. Persian Storm, Lottil der Lokalmatador, der Frankfurter ist zweiter, Charlie Kuhl an der Innenseite, zwei Längen, Abstand zu Schreck, zu Wiesenfahrt. Dahinter dann Fighting Johann und weiterhin Vasiljev am Schluss. Mitte gegenüber ist das Feld und Persian Storm mit der Spitze weiter, Persian Storm verfolgt von Lottil in zweiter Position. Charlie Kuhl an der Innenseite stark dabei, Schreck macht sich bemerkbar, ist vierter, rückt heran. Dahinter dann Wiesenfahrt vor Fighting Johann, Vasiljev am Schluss. So geht es in den langen Niederräderbogen jetzt hinein und Persian Storm an der Spitze, Persian Storm vor Charlie Kuhl an der Innenkante. Dahinter rücken aber jetzt die Gegner etwas näher heran, da macht Schreck Boden gut. Lottil bleibt dabei, Wiesenfahrt kommt in die Partie, aber Persian Storm ist vorne, das fällt gleich im Einlauf. Persian Storm, dahinter rückt Schreck an der Innenseite nach mit Charlie Kuhl. Wiesenfahrt rückt nach, aber Persian Storm ist vorne in der Zielgeraden. Charlie Kuhl dahinter, Wiesenfahrt kommt an der Außenseite, auch Schreck innen bleibt dabei. Persian Storm vorne, jetzt kommen aber Wiesenfahrt mit Charlie Kuhl. Und innen wird Schreck gebracht, Persian Storm wird kürzer. Die Gegner kommen, Wiesenfahrt und Schreck greifen an. Persian Storm und Wiesenfahrt kommt an der Außenseite. Innen kommt Schreck angeflogen, Schreck mit Persian Storm und Wiesenfahrt. Die letzten Meter, Wiesenfahrt und Schreck, Schreck, Schreck gewinnt, Schreck gewinnt ganz knapp, Schreck gewinnt vor Persian Storm und Wiesenfahrt. Vierter Charlie Kuhl und dahinter Vasiljev.